Für 2020 wünsche ich mir, dass noch mehr Leute ins Frankfurter Bahnhofsviertel kommen und sich von mir diesem aufregenden Stadtteil der Frankfurt zur Metropole macht, zeigen lassen. Da freue ich mich drauf. Und für die Welt wünsche ich mir, dass es eine Veränderung gibt, dass wir alle miteinander begreifen, dass es einfach ist, Frieden zu machen. Wir müssen es nur wollen, wir müssen es nur tun. Und wir gehören alle zusammen auf diesem wunderbaren Globus. Ich wünsche Ihnen ein glückliches und zufriedenes und gesundes Neues 2020. Wir sehen uns!